so und da sind wir wieder weiter geht das hier mit max pain gleicher tag das spiel macht einfach bock ist nur gerade extrem laut hier muss ich mal ein bisschen hier runterschrauben so besser wo ich habe ein schalldämpfer auf meiner pistole flieg flieg dreh dich um noch mal ein bisschen sneaky stealth action hier mal gucken ob das was wird wahrscheinlich nicht aber ein versuch ist es werte sieht so aus als müsste ich da rein und sieht doch so aus als wäre hier gerade die luft noch rein ob ich da einfach mal auf das schloss schießen sollte sollte ich von deckung zu deckung schleicht er sich immer noch keiner zu sehen kommt mir aber arg komisch vor kann ich ja kaum glauben muss ich wieder runter springen oh ich höre stimmen glaube ich aha tja müssen wir mal spanisch oder was wir können da kenne ich einen guten witz mit timbuktu aber der ist jetzt zu lang um den zu erzählen ja schließe ich die wo muss ich denn rein da na das geht schon ne munition können wir mal schön mitnehmen ich bleib mal bei der schallgedämpften kanone ich wollte da gar nicht rein spazieren so die holen wir da jetzt schön raus die olle das sind idioten sagenier torner hoch 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 Ah, da. So wollte ich das nicht. Zack. Dann muss ich mir auch schon wieder die Dinger reinpfeifen hier. Und da ist ein bisschen Nachschub. Ich bin ganz glücklich mit dem Schalldämpfer eigentlich. Ich will gar keine anderen Waffen mitnehmen gerade. Ich musste weitergehen. Ich hoffe, dass ich Fabiana schneller finden würde. Ich will weitergehen, wenn es überhaupt nicht mehr ist. Ah, super. Super gemacht. Boah. Weg mit dir. Verdammte Axt, ey. Da war doch noch einer. Zack. Die ein paar Drogen für mich rumliegen. Nee, Arschlöcher. Hoppala. Hoppala. Scheiße. Stirb. Unholz. Oh man, ich werde gleich wieder drauf gehen. Ei, 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 ei. Uah. Komm schon. Kommt her, kommt zu mir. Oh, da kommt einer. Zack. Hauptsache, die kommen nicht von da. Und dann, äh, bin ich am Arsch. Hä, 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 hä. Tja. Ja, super, super plan war das. So. Lad nach, die Scheiße. Okay, gibt's hier nicht irgendwo... Mopeds? Hm. Hm. Gut. Hell yeah. Ach, das war zu klar. Gut. Ah, was mache ich denn für eine Scheiße da? Zack. Was? Was war das denn? Ob ich mir da vor irgendwas gegen gesprungen hier, wa? Na komm, geht her. Was soll das denn? War ich nicht irgendwo ein... Hä? Das war schon vorher. Ein Schuss reicht für dich, du Nase. Huch. Zehn Minuten bin ich schon im Dings gesprungen. Was quatscht der da? Oha, wo schieß ich denn denn? So. Ja, noch ein bisschen Finger am Abzug gehabt, hä? Zack. Zack. nach der rennt wieder da oben hin und er steht da so lasst das sein auf mich zu schießen scheiße verdammte scheiße ja wieder viel zu viel auf die schnauze gekriegt schon hier probieren was auch noch mal mit dem pistolchen das brauche ich eindeutig man kann wieder ein bisschen fernsehen gucken ja 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 Aha. Ja, ja, überall der Terror und so. Fürchterlich. Ganz gar fürchterlich. Nur ich, Max Payne, kann da noch Abhilfe schaffen. Ach komm, reicht. Mach aus, die Butze. Das war mal lustig, aber Max Payne 2. Kamera. Wo war denn die Tasche? Die hier gerade, die sie gerade gezeigt haben. Die lag doch hier irgendwo rum. Kann man doch bestimmt auch untersuchen. Hm, na? Tasche? Da ist sie. Kann man nix untersuchen. Na gut. Dann, äh, wollen wir mal gucken. Wo sind sie denn wohl hin? Einfach mal fröhlich reingestiefelt. Guten Tag, die Herren. Ah, da brüllt schon wieder irgendwer. Ja, da brüllt schon wieder. Ja, dann. Das sind aber ganz schön viele hier, oder? Kriege ich die wohl alle? Oh oh. Ah, schon mal ein paar erwischt. Zack, zack. Ei, 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 deckung hier. Katzöng. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Ist ja irgendwo was zu essen für mich. Guck mal, da drin doch bestimmt. Jawohl. Können wir direkt reinpfeifen. Oh, ein Pitscherer. Hm. 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 Da hab ich noch gar nicht geguckt, was oben ist. Wenn denn hier was ist. Hey, irgendwas Goldenes. Golden Guns. Gut. Aber unten geht es weiter. Ich dachte, da hätte ich noch was Goldenes gesehen, aber das ist nur diese Lampe dort. Hm. Ruhe da. Treiben sich hier die Spießgesellen rum, oder was? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Seh keinen mehr, seh keinen mehr. Aber noch Musik. Oh, da konnte ich was. Oh, oh. Spring doch. Von wo kommen die denn noch? Von oben? Von oben? Ah. Oh. ARD Text im Auftrag von Funk